Ich schreibe jetzt ganz andere Musik. Ich habe eine Musik für Orchester 1, 2, 3, 4, 5 geschrieben. Sehr sonderbare Partituren. Ich möchte Ihnen furchtbar gerne eine schicken. Ich lerne ja nichts, gar nichts von Lehrern. Nur so. Sie verstehen mehr davon. Ich bin ungeschickt. Ich habe zu vielem vielleicht etwas Genie, aber zu nichts Talent. Na, die eine hat 92 Takte, also ein Monstrum. Jetzt schreibe ich kleine Stücke für Orchester, ganz verwahrloste, vertrocknete, blöde. Ich schicke Ihnen ein neues Klavierstück von mir in dieser Art. Ich bearbeite jetzt Volkslieder futuristisch. Schrieb so einen Marsch über. Ich hatte einen Kameraden. Schärchen sagt, es sei das Tollste, was er je an Musik gehört habe. Später. Ich bin zum Beispiel sehr gegen alle Kompositionslehren, aber sehr für Harmonielehre, obwohl alles falsch ist. Muss man aber lernen. Kennen Sie Kurt, Grundlagen des linearen Kontrapunkts, Bern, Winters Verlag? Das Größte, was über Musik geschrieben ist, so wie Einsteins Relativitätsprinzip in der Physik. Darin wird eine Lehre aufgestellt, die ich vor vier Jahren bereits mit August Halm, dessen Bücher Sie kennen werden, entwarf. Die kinetische Energie als Grundlage melodischen Geschehens. Melodie, keine Summe von Tönen, sondern ein ursprünglicher Zusammenhang, aus dem sich erst Töne ablösen. Oh, Erdmann, ich möchte Ihnen so viel davon erzählen. Ich will jetzt diese Lehre weiterführen, neue Harmoniegesetze daraus ableiten. Alle Zusammenklänge überhaupt sind möglich, also erlaubt. Obwohl, alles Mögliche will ich nicht, wohl alles Unmögliche. Und weiter, es kommt darauf an, die Zusammenklänge, Dissonanzen gibt es nicht, zu stabilisieren. Harmonielehre ist Schwerpunktslehre. Sie wissen, dass ich sehr historisch denke. Ich verlange für alle Musiker heute gesteigerte Inbrunst in Abwehr und Verteidigung alter Musik. Ich will, dass es meine Lebensaufgabe darin Licht schaffen. Man soll wissen, dass Dietrich Buxtehude größer ist als Bach. Heinrich Schütz ist mir der größte aller Musiker. Ich liebe nicht Mozart mit seiner einseitig, symmetrisch, unorgiastisch, überorganischen Musik und nicht Weltauffassung. Den schönsten Operntext der Welt, Don Juan, solche leichtfertige Musik. Aber Gluck, oh, ich bin Fanatiker zu Gluck. C'est des Noutrages. Paris und Helena. Beethoven ist sehr schwierig. Ich verstehe ihn nicht. Phänomenologisch angesehen überall Halbheiten und ganz bourgeois. Aber Schubert. Ich schreibe jetzt einen Aufsatz phänomenologische Studien an unbekannten Liedern von Schubert. Sende ich ihn zu. Bruckner ist mir kompositionstechnisch, formal, das Höchste, obwohl musikalisch mir völlig konträr. Das ist gleich. Das ist kinetische Energie in jedem Paukenschlag. Musik, Metallogik, Kosmos. Dann Maler, siebte, neunte. Danach gibt es nur Zerstörung. Töne sind nur zufälliges Material. Musik ist Zeichnung. Ich lege Ihnen eine Grafik zu einer Musik von mir bei. Ich male sehr viel und etwas blödsinnig. Harmonien sind auch nur Material. Malers Sechste, ein ganzer Holzblock, viel Gras, Blätter, oft Pferde. Sehr oft kommen mein Maler Kaninchen vor. Wie Weichselkirsche riecht, so bäh. Ich will jetzt zerbrochene Stühle in einer Ecke zusammengestellt komponieren. Nicht das Bild. Nicht als Eindruck. Aber auch nicht als Ausdruck. Ich bin völlig gegen Expressionismus. Ausdruck. Ausdruck. Bei wem? Bitte? Schwindel. Wie die heutige Literatur. Ich habe wohl ziemlich alles gelesen. Es ist immer das Gleiche. Die einzigen, die ich aushalte, sind isländische Sagen, afrikanische Märchen, Pascal, Kierkegaard, Krankheit zum Tode, Dostoevsky, einiges nur, Jean-Paul, alles. Und vor allem Charles-Louis Philipp, mir das Größte, größer als Goethe. Lesen Sie Böbü, Groquignol, Marie Donadieu, Inselverlag oder Französisch. Nein, hinter den Druck kommen, hinter die Musik. Ausdruckslose Kunst, die nur aus dem Material lebt, das eventuell zufällig Töne sind. Ich zum Beispiel mache Musik mit vielerlei. Das ungeheuerlichste, innervierendste und doch satteste, einsamste, abgesprungenste an Musik, das mir alle neuen Sinfonien Beethovens völlig ersetzt, ist, wenn man in Abständen von einer halben Minute mit einer lose pendelnden Messerspitze an ein Blechsieb, nicht immer geklopft, in jeder Küche zu haben, etwas oberhalb der Mitte, oder ein Eierschläger, geschlagen gegen ein Küchensieb, wie Autotafé. Oder mit einem kleinen Rad, etwa Kuchenrad, wie Konditoren haben, auf einer Schiefertafel rollen, wie Störche und Brandstiftung. Solche Dinge verwende ich jetzt in Partituren viel, ohne Groteske, nicht als Klang, als Musik von Dingen, unmittelbar. Die Musik in der Musik will ich überwinden, den Stoff in der Musik. Nur Raum soll es sein. So verwende ich zum Beispiel Glockenspiel, Fagott und Kuckucksuhr und in der Klaviermusik Nummer 7, die ich jetzt umgearbeitet instrumentiere, nehme ich Schreibmaschine zu Hilfe und Weckuhr. Bei den drei Akkorden zum Beispiel, jetzt anders, werden drei Tafeln hochgehoben. Große Tafeln, so 0 rosa, 3 rot, 8 grün und so weiter. Mein Briefpapier geht kaputt. Wenn schon, wenn schon. Ich möchte mich verwendschonen. Es lebe die Weltrevolution. In München war ich Vorsitzender im Revolutionären Kunstbeirat. Aber mit diesen Schwätzern ist nichts zu machen. Ich will Entscheidungen. Ich fahre jetzt zu unserem Freund, dem Maler Erich Heckel, dann Berlin, im Oktober geschäftlich Stockholm. Sie wissen von unserer Zeitschrift. Sie wird jetzt. Rechtzeitig werden wir von Ihnen Partituren etc. dafür erbitten. Wir zahlen gut. Es wird eine feine Sache. International. In Russland gibt es große Musiker. Prokofiev, Stankiewicz, Feinberg. Spielen Sie die letzten Skriabinsonaten. Vergessen Sie nicht, was Sie für die Musikwelt heute bedeuten. Bei Ihnen. Herzlichst. Wense.